Jetzt kommt Walze, Walze for Baby, Musik von Bill Evans. Ich finde diese Werke und einige andere Werke von Bill Evans so fein, so zärtlich, so infinit, das kann man sich nennen, musikalischer Jazz-Impressionismus. Also lade ich Ihnen alle zu Walzer. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020